Stehe entspannt auf dem linken Bein. Das rechte kann sich frei bewegen. Streiche mit dem rechten Fuss ganz, ganz langsam und ohne Gewicht am Boden entlang nach vorne und komme ganz, ganz langsam wieder zur Mitte zurück. Stehe entspannt auf beiden Beinen, bis sich beide wieder gleich anfühlen. Mach dasselbe ganz, ganz langsam nach hinten und wieder zurück in die Mitte. Stehe entspannt auf beiden Beinen, bis sich beide wieder gleich anfühlen. Dann wiederhole die Übung. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020